hallo meine lieben kleinen unterhosen schniffler das hat wirklich gesagt ja das habe ich gesagt ich war einkaufen also hol 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 ich war in einem euro shop ich war bei tiger und ich war mein netto und ich war mein kostümladen und jetzt wollte ich mal zeigen was ich so schickes gekauft habe und das lustige daran ist das muss ich unbedingt sagen ich bin mit unterhose rausgegangen das hört sich jetzt voll flittig an flittchenhaft nee ich habe so eine lange unterhose an sieht ihr die das ist das ist hier superman wie es aber das ist eine lange unterholung bin ich raus hier so fangen wir mal an meinem 1 euro shop da habe ich hier sind süßigkeiten gekauft war von euro lässt sich sehen weil ich mein vater ein buch gekauft hat nämlich geburtstag erste ging der weise weg und ja so ein kleines buch weil mein vater so ein bisschen buddhistisch angehaucht ist und so und ja das wird ihm bestimmt gefallen ich werde euch noch mal für die leute die es eventuell interessiert die sich dieses buch gerne auch angucken würden die espn nummer unten in die kommentarbox dings mal rein so das war es doch schon ein euro shop habe ich da noch was gekauft habe ich da was gekauft mir fällt nichts ein ja dann fangen wir an mit den tiger hall ich habe diese box gekauft die hat mir sehr gefallen dazu passen auch die servetten so der kassierer hat das da alles in die box gemacht die servetten haben wir dasselbe muster und da sich viele gewünscht haben dass sie gerne koch videos von mir haben wollen oder bastel videos welche in diesen servetten noch etwas basteln kommt ein leim und eine leimwand somit ins spiel aber darauf noch mal später das muss ich gucken was ich zeit habe dann werde ich mir da auch noch mal was einfallen lassen dann habe ich auch so ein schickes band fünf euro gekauft genauso wie die servette und die 3 euro und da kann man auch irgendwie schöne schlauchchen machen oder so für die nächsten videos dachte ich mir so und dann habe ich werfe gekauft also ein bad mit augenbrauen das ist ziemlich lustig es kostet nur 1 euro für meine lustigen videos ja das habe ich gekauft ich muss sagen ich habe diesmal 10 euro ausgegeben und habe relativ viel eigentlich finde ich bei tiger oder tiger wie man es auch immer ausspricht bekommen für den preis ich habe eine platzscheibe geholt die wollte ich immer schon mal haben mein vater hat mir aber seine nie gegeben weil er angst hatte so ich so mit pfeilen und so spitze pfeile und schießt mal gerade irgendwo anders hin und trefft die katze oder so die kam vier euro bin ich total stolz darauf dass ich mal so etwas jetzt habe so dann war ich in mein kostüm laden und es haben jetzt bestimmt sehr viele nur deswegen aufgeklickt auf video tippen ich habe tippen gekauft die kann man heute kaufen 3 euro 99 ja und da wäre ich auch können ja auch gespannt sein auf die nächsten videos oder ist eine beule drinnen naja ärgerlich aber was soll es so gehen wir weiter dann war ich bei netto mein netto hole da habe ich diese küchlein geholt da freuen sich vielleicht meine freunde wenn ich nicht hier der karamell bis cute schön fett für die hüfte so hier so auf pitch perfekt so auf engl style so ja ich weiß jetzt nicht ob wir schon wieder meinen kopf irgendwie nicht gesehen habe oder so ob es abgeschnitten ist ich habe immer noch keine kamera mit vorne display ja muss ich mir auch mal demnächst etwas überlegen dann habe ich mir über gekauft so kirschjoghurt heutak wak so für das brot so und dann habe ich auch noch fruchtjoghurt flüssig maracuja ich meine einfach mal so mitgenommen 9 20 cent oder so kosten die und dann habe ich so das über geld so champions baguette so wollen ja so vegetarier und so bist du vegetarier oder was nein bin ich nicht habe ich was ganz lustiges gekauft ein schweinchen andere kennen ja noch mein anderes schwein ich bin es mal kurz ein ja und jetzt habe ich noch eins gekauft viele haben ja damals gefragt zum beispiel ein freund von mir 5xl hat mein schweinchen damals gefilmt hat auf seinen kanal gemacht und sehr viele haben ja gesagt ja von wo hast du das dies das und so und ich hatte das von netto und dies ist jetzt auch bei netto die kosten aber allerdings mehr als ich damals bezahlt habe ich glaube ich für das andere 5 oder 95 euro in den drehungen gezahlt und jetzt habe ich fast sieben euro bezahlt als 6 90 aber es gibt immer noch so nicht lange labern ich mach es mal an ich frage diese ja schon mit drin und hier sind gibt es noch ganz viele andere und ich habe die alle ausprobiert als mehrere die bei netto da lang kann also möchte gern hipster hier ich bin tätowiert ich bin keine ahnung möchte gerne besitzer vom tattoo shop keine ahnung seiner troller ich mache einen auf rock und tunnel im ohr und jolo peace digga an dachte er müsste cool sein und hat dann aus dem anderen gang zu mir geschrieben hat sich so einheit so einheit wie so einheit bekommen so weil wenn ich die kaufen will und alle anderen haben eine andere musik dann probiert die natürlich alle ja das mache ich das habe mich voll aufgeregt dass sie mich so dumm angemacht hat und dann ist er da immer rum marschiert irgendwie im nächsten gang wieso ein stasi hat mich bespitzelt und hat geguckt wo ich denn jetzt bin und so und vielleicht war es auch wegen meiner sau coolen unterhose die ich an habe keine ahnung und ja also da gibt es noch einen hund er hat auch wie elvis press den lied gesungen und dann gab es noch holen ja das sind die figuren die es sonst noch so gibt also eine kuh eine kuh ist ganz lustig aber die hatten sie nicht aber die hatten sie mal vor zwei jahren nicht gekauft hat immer so gemacht so ja gibt es anderen achten aber den hatten sie auch nicht so aber mein schweinchen dass ich habe hier weil das mit auf und das hat keines und das sind immer die figuren mal gucken ja das war mein einkaufshorch hoffe er hat euch gefallen und ja also ein ab oder so müsst ihr nicht da lassen müsst ihr nicht ich bin jetzt auch nicht so da ich jetzt irgendwie sage ihr müsst mich abonnieren oder so wisst ihr nicht ich bettel meine abos nicht nach also mischt ihr nicht nein spaß so jetzt kacken video beendet ich gehe nicht kacken ich gehe essen diese kuchen